ja leute und willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum das letzte mal sind wir ja hier in der Betthöhle stehen geblieben und beim letzten mal waren wir auch bei Killer Croc beim Versteck und wieder bei Scarecrow ja Freunde es geht weiter mal komm schon Batman kommt schon geht doch Da unten ist eine Rödler-Trophäe, die habe ich gesehen. Da unten ist eine Rögel-Trophäe, die in der Rögel-Trophäe ist. Beautiful. Okay, 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 wo muss ich lang? Ah, ich muss zu den botanischen Gärten, okay, auf geht's zu den botanischen Gärten. Ich hoffe, du hast recht, ich bin hier, falls du mich brauchst. Oracle, wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler und ein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Was macht ihr jetzt? Ich seh mal nach. Mensch, Batman, du solltest die Hülse da zerstören. Das Pflanzen-Ding war da. Ja. Das Titanwasser scheint Grenzen zu sein. Aber es kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie liegt als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Wie kann ich das auf keinen Fall allein schaffen? Wer hilft dir dabei? Niemand hilft dir, Riddler. Niemand. Ich mach das alles schön alleine. Deine Rätsel zu lösen. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle stehen. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Oh, Batman, was machst du denn? Was soll ich denn jetzt weiter? Ähm... Warte mal. Oh, ja okay von so... Okay, alles klar. So, wird das gut veransammeln? So... Na, Jungs? Er ist hier! Er ist hier! Da ist wieder eine Riddler-Karte. Die wird gleich eingesammelt. Wenn die Boys hier... Erlebt sind. Bleib doch einfach liegen! Jungs! Ich hab doch eh alle keine Chance gegen mich. Weil... Ich bin Batman! So... Hallo! Kannst du mich hören? Hallo Joker! Ich bin... Ich nehme an, dass bist du da drin, Bertz! Genieße es so lange du kannst! Diese Höhlen werden dein Grab! Oh, wieder ein Tonbandgerät! Ich bin... Ich bin... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich lasse mich gerne mal den Zeitverbleiben! Die Mann zahlt nicht, also wird ihn eine Vektion! Sie schulden mir etwas! Also haben sie sie getötet. Ihren Körper zerfleischt. Die Polizei hat nie alle Überreste bekommen. Sie hätten in den Abwasserkarreieren nachsehen müssen! Heißt das Sie haben sie da versteckt? Nach einer Weih... ... Gehöhlich dauert es acht Stunden. Zeit zu mir, Cron. Steh auf! Das hat nicht gehört. Schießen, um zu töten. Ich mache nichts anderes. Ha, da bin ich mir nicht so sicher. Fuck. Er ist mit euch da unten und lässt euch die Idioten aufsehen. Ich lass mal hier lang. Ah, Joker-Szene. Nur das Ende-Gebiss? Okay. Ah, hier sind die anderen Gebisse. Zack. Neue Verbesserung. Ferngesteuerter Bat-Ring. Okay. Mir wird das wofür. Bevor ich jetzt verkloppe, gehe ich erst einmal hier rüber. Und ich hole mir das Tonbandgerät. Das letzte von Killer Croc. Cool. Andreas Killer Croc. Letzte Nacht wurde der Patient nach einem Ausbruchsversuch ruhe gestellt. Werter Aaron Cash ist im Krankenhaus. Es wird berichtet, dass der Patient Cash attackiert und im Kampf seine linke Hand aufgegessen hat. Das wird nicht dafür aber wäre gut. Es ist möglich, dass er noch lebt. Es ist nicht möglich, dass er noch lebt. Er hat eine Menge Blut verloren. Ich auch. Ich wäre fast an seiner knochigen Hand erstickt. Das ist ekelhaft. Er hätte sterben können. Für mich ist er nur Nahrung. Und wenn ich erstmal was probiert habe, dann will ich auf den Rest. Sie wissen, was ich meine. Bringen Sie ihn hier raus. Sofort. Ich hab auch deine Witterung aufgenommen, nicht? Wir sehen uns. Tick, tack, tick, tack. Okay. Ich will die Leute verkloppen. Autsch. 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 Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden. Das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Jetzt ist nur noch eine. Das ist nichts mehr. Hört ihr nicht zu? Ich sagte, stopp ihn. Aber er ist entkommen. Schenkt euch mehr an! Sonst werde ich... euch... Okay, jeder von denen hat Knarren. Jeder von denen hat Knarren, okay. Haben die auch diese, diese, diese... Ja, haben die oben, okay. Okay, 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 wie gehe ich jetzt vor? Da unten ist einer? Drei sind unten. Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh. So. Scheiße! Scheiße, scheiße! Rassi, komm mit! Rassi, ich gebe dir Deckung! ich bin zu alt um in einer stinkenden höhle festzusetzen warum bin ich nur in die nächsten beiden sind ausgeschaltet perfekt nur noch vier stück nur noch vier stück dieser ort macht verrückte geräusche ich weiß nicht war der nächste ausgeschaltet jetzt schnell zu dem da verdammte kacke scheiße verdammte kacke man nochmal das ganze scheiße 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 was ist mit hier passiert was ist hier los wir müssen ihn finden oder wir sind die nächsten lasst ihn hier schwärmt aus und findet die fläder maus was machst du da was ist ich weiß dass So. So. Wo, 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 wo. Ich will dich töten. Halt doch deine Fresse, Junge. Na komm, lauf. Hinten mir irgendjemand. Was? Fuck ey. Es geht doch. Es geht doch, Freunde. Es geht doch. Mensch. Da ist eine Riddler-Trophie. Die mal holen gehen. Oh. 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 So, da haben wir wieder eine Krönig von Arkham. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er, er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins. Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. So, erstes geschafft. Ah, da komm schon. Ah, da war es gerade so. So. Ah, es war doch gerade, es war doch gerade, komm schon. Mann, es war doch gerade... So, geht doch. Ich verhindere, dass Poison Ivy die Insel zerstört. Okay. Na, Jungs? Halt deine Fresche und bleib unten. Kannst du ein Verstand wie meinen beziehen? Na gut. Na gut. 20 Hüttler, 20 Jogger sind nicht zerstört Ich weiß nur, wie es da unten weg ist und wo hier ist meine Seele! Bleib wo du bist! Ich schicke einen Missfallensbeweis nach unten. Ich hoffe, ihr verletzt wird nicht zusammen. Ja. Ich bin ein für die Hüttler, 20 Jogger. Ich bin ein für den Weg. Ich bin ein für das Geist. Ich bin ein für die Hüttler. Ich bin ein für die Hüttler. Das war's für heute. 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 Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Leben am Limit! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon Batman. Oh, ich hab's geschafft. Leben am Limit, ey. Alter Schwede. Aber hey, ich hab's geschafft. Alles gut. Alter Schwede. Oh, wieder eine Krönig von Arkham. Der Frühling war ein Wendepunkt, ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Der Mörder meiner Familie verschiebt bei einem tragischen Unfall. Diese Tiere können nicht geheilt werden. Wie Hunde reagieren sie nur auf Disziplin. Und wenn es damit nicht funktionierte, tja, dann mussten diese Unfälle wohl leider weitergehen. Oh, ne neue Verbesserung. Okay, die holen uns gleich. Schall-Battle-Ring. Synle-Battle-Ring. Ich muss sie aufhalten. Ich glaube sie ist noch im Garten wo du sie gelassen hast, aber sie beherrscht ihn jetzt. Du läufst in die Falle. Das glaubt sie jedenfalls. Die Insel gehört jetzt zu mir. Ja ja ey wie. Oh lol hier ist ja gar nichts. Ah, ein Rittlerrätsel. Cool. Ne Rittler Trophäe. Ja. Ja. Du wirst schreien und wir werden die stärkste Macht auf dem Plumny. Ach Ivy. 10 Joker 10 ist zerstört. Perfekt. Du wirst zahlen, Batman. Wir sagen, dass du meine Babys verletzt hast. Wenn ich mit Batman fertig bin. Oh, ich bin ja hier. WTF von wo? Ah von da. Scheiß. Sniperstütze. Ich komm dir jetzt hin, Alter. Okay, tschüss Kurt. Der Loser hatte keine Chance. Ich meine sie mich an. Ich bin ja hier sein, dass du meinen Babys verletzt hast. Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker. Mann, ey, diese scheiß Pflanzen und die scheiß Snapper-Schützen. Du bist tot und begraben, Liebling. Mann. Lasst mich doch jetzt einfach in die botanischen Gärten, ey. Mann, ey. Du wirst zahlen, Batman, sagen, dass du meine Welt nicht verletzt hast. Um gerade fertig, geh mal auf, über ihre Pflanzen zu reden. Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker. Ach, wirklich? Das nenne ich dann mal keine. Äh, äh, komm. Ich schreibe dir die Versuchskimikale und fühle es leider, und sie werden sie trotzdem gegen dich. Na, viel Glück. Ich habe eine Armee. Eine Dosis Titan, die für eine ganze Stadt ausreicht. Und eine Tüte und Tropfen nicht da. Komm und finde mich, wenn du mit Batman fertig bist. Das wird los. Jetzt aber auf zu dem botanischen Garten, ey. Es ist unruflich, ein Märzchenbarten zu lassen. Psst. 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 Okay, Freunde. Wieso bist du endlich hier? Gefällt dir, was ich hier verändert habe? Meine Babys wachsen, Batman. Komm, sieh mal. Ja, beim nächsten Mal, Ivy. Beim nächsten Mal. Ähm, ja, Freunde. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Batman, Arkham Asylum. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Einen Abo da lassen. Die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos von mir verpasst. Wenn ich eins hochlade. Und, ja, Freunde. Beim nächsten Mal denke ich, dass es dein Boss-Fight gegen Poison Ivy gibt. Ähm, ja, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Zockerboy. Game over. Ciao.